Mittlerweile gibt es mit GPT-4 eine neue Version der künstlichen Intelligenz von OpenAI und ich möchte euch in diesem Video gerne eine aktualisierte Version zeigen, wie ihr ganz einfach ChatGPT mit Siri auf eurem iPhone verwenden könnt. Sollten dich Videos wie dieses zu spannenden iPhone-Tipps und Tricks interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr ganz einfach ChatGPT mit Siri verknüpfen könnt und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Um Siri mit ChatGPT zu verbinden, benötigt ihr zuallererst einen kostenlosen Kurzbefehl und den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dieser nennt sich HeyGPT und ist ganz aktuell und funktioniert auch mit der aktuellsten Version von GPT-4 bzw. ChatGPT und in diesem Fall müssen wir jetzt einfach nur einmal hier auf Kurzbefehl erhalten tippen. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und daraufhin seht ihr auch schon, dass wir diesen Kurzbefehl hier ganz einfach konfigurieren können und dann öffnet sich hier ein kleines Fenster, wo wir einmal den OpenAI-Key eingeben müssen und wo wir den finden, zeige ich euch jetzt. Dazu findet ihr ebenfalls einen Link unten in der Videobeschreibung und daraufhin müsst ihr euch dann hier einmal bei OpenAI bzw. ChatGPT einloggen, entweder hier direkt über Login oder über Signup, solltet ihr noch keinen Account haben. Ich will hier jetzt einfach Login und daraufhin kann ich mich zum Beispiel mit meinem Google-Account oder Microsoft-Account einloggen und in diesem Fall müssen wir jetzt hier einen neuen Secret-Key erstellen. Wenn ihr den Link verwendet, dann werdet ihr direkt eben hier nach dem Login auf diese Seite weitergeleitet und diesen können wir dann hier ganz einfach einmal kopieren. Wir gehen hier auf dieses Kopieren-Symbol und gehen hier einmal auf Kopieren und haben dann eben hier genau diesen Code, diese API-Key einmal kopiert. Wir können hier wieder in den Kurzbefehl gehen und auf Einsetzen tippen und daraufhin müssen wir lediglich hier noch einmal auf Fertig gehen und den Kurzbefehl hinzufügen. Nachdem der Kurzbefehl hinzugefügt wurde, seht ihr auch schon, dass wir hier direkt ganz oben links diesen Kurzbefehl haben und wir können ihn jetzt zuallererst einmal bearbeiten, indem wir auf diese drei Punkte gehen, denn wir können diese natürlich erst einmal auf Deutsch ändern. Aktuell ist er eben auf Englisch. Wir können aber eben diese Frage hier ganz einfach einmal anpassen, zum Beispiel, was kann ich für dich tun? und daraufhin seht ihr auch schon, dass wir hier auch noch ein paar andere Dinge anpassen können. Also solltet ihr hier irgendwie Probleme mit dem API-Key haben, habt diesen falsch eingegeben, könnt ihr das hier ändern und noch so ein paar andere Dinge, die hier eben geändert werden können. Im Grunde könnt ihr den Rest aber so lassen und daraufhin auch Fertig gehen und jetzt müssen wir diesen Kurzbefehl einmal aktivieren, um eben die ganzen Freigaben, die der Kurzbefehl benötigt, zu akzeptieren. Hallo, das ist ein Test. Und wie ihr seht, das Ganze ist jetzt hier einmal durchgelaufen und jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, mit diesem Kurzbefehl zu arbeiten. Wir können hier erneut auf diese drei Punkte gehen und ihn dann hier natürlich noch einmal umbenennen. Das ist möglich. Wir können ihn aber auch zum Home-Bildschirm hinzufügen, um ihn eben immer zu aktivieren, wenn wir ihn gerade benötigen. Also das wäre eine Alternative zu der Option, den Kurzbefehl über Siri zu öffnen. Wir können auch ganz einfach ein Homescreen-Icon hinzufügen und darüber dann eben diesen Kurzbefehl und damit ChatGPT öffnen. Wenn wir ChatGPT aber nun über Siri öffnen möchten, dann können wir ganz einfach hier Siri einmal aktivieren. Starte HeyGPT. Was kann ich für dich tun? Wie lautet der Text? Erkläre mir in fünf Sätzen das Doppelspaltexperiment. Und wie ihr seht, das Ganze lädt hier jetzt, jetzt wird ein bisschen gearbeitet und daraufhin sollte dann hier die künstliche Intelligenz uns das Ganze einmal kurz in wenigen Sätzen erklären. Das Doppelspaltexperiment ist ein klassisches Beispiel der Quantentheorie und zeigt das Verhalten von Teilchen in bestimmten Situationen. Dabei wird eine Lichtquelle verwendet. Wie ihr seht, hat das Ganze hier auf jeden Fall schon ziemlich gut funktioniert und ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal ein, zwei weitere Versuche mit anderen Sprachbefehlen. Starte HeyGPT. Was kann ich für dich tun? Wie lautet der Text? Nenne mir drei gute Hochzeitsgeschenke. Hier sind drei Ideen für gute Hochzeitsgeschenke. Erster personalisierte Geschenke, personalisierte Tassen, Bilderrahmen oder sogar eine Decke mit dem Namen oder dem Initiativen. Starte HeyGPT. Was kann ich für dich tun? Wie lautet der Text? Nenne mir fünf gute Titel für iPhone-YouTube-Videos. Erster die besten iPhone-Apps für YouTube, zweiter zehn iPhone-Tricks für ein besseres YouTube-Erlebnis, dritter iPhone-VS. Wie ihr seht, funktioniert das Ganze mittlerweile wirklich ziemlich gut und auch ziemlich schnell und wir bekommen die gleichen Antworten, wie wenn wir ChatGPT eben zum Beispiel über Safari oder Google Chrome verwenden würden, nur dass wir hier eben Siri nutzen können, was auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit ist und diese ganzen Fragen, die ich hier gestellt habe, würde Siri sehr wahrscheinlich ganz einfach über einen Suchlink beantworten. Das heißt, es würde einfach auf Safari verweisen und diese Antwort eben nicht direkt so ausgeben, wie hier jetzt in diesem Fall HeyGPT als Kurzbefehl. Daher auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit, um Siri abzugraden. Und damit wären wir auch schon am Ende dieses kurzen Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch helfen konnte, Siri etwas zu optimieren mit ChatGPT und diese Methode ist auf jeden Fall wirklich sehr einfach. Ihr findet, wie gesagt, den Link zum Kurzbefehl und auch zur Seite, wo ihr euren OpenAI-ChatGPT-Key erstellen könnt. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr ganz einfach kostenlos ausprobieren und Siri optimieren. Und wenn euch dieses Video gefallen und geholfen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu dieser Methode in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!